So, herzlich willkommen zu einer weiteren Frage-Antwort-Runde. Ihr schreibt mir gerade fleißig schöne Nachrichten, das gefällt mir sehr gut. Da habe ich immer Bock drauf, euch dann Antworten direkt zu geben. Die heutige Frage kommt von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Mai Dung. Und sie hat mir geschrieben, dass sie gerade sehr unzufrieden ist in ihrer beruflichen Situation und dass sie am liebsten, gerade als sie das so gesehen hat, dass ich jetzt auf Teneriffa war, dass sie am liebsten ihren Job hinschmeißen würde, ins Flugzeug steigen würde und irgendwo hinfliegen würde, weit weg, um dann einfach mal Zeit für sich zu haben und zu gucken, was will ich denn anstattdessen wirklich, was will ich denn lieber machen. Aber, und dann kam das große Aber, aber da gibt es ja so viele Menschen, die das nicht verstehen würden in meinem Umfeld und die das vielleicht auch doof finden würden, nicht gut finden würden und hat mich gefragt, Dirk, hast du da vielleicht einen Tipp für mich, was kann ich da machen? Und den habe ich auf jeden Fall. Können wir gleich mal rein starten. Grundsätzlich haben wir hier wieder dasselbe Prozedere wie immer. Wir haben einen Wunsch, ich will meinen Job hinschmeißen und in die Welt rausreisen und dann haben wir den Widerstand. Aber, der Widerstand erscheint immer automatisch hinter dem Aber. Das könnt ihr mal bei euch überprüfen, wenn ihr jetzt überlegt, wo seid ihr in eurem Leben, das muss nicht die berufliche Zufriedenheit sein, das kann irgendwas sein. Dass ihr euch erstmal fragt, okay, ich will gern XY, aber und dann der Grund oder die Gründe, warum ihr glaubt, warum ihr es nicht haben könnt oder warum ihr es bisher nicht haben konntet. Das ist ein super Hinweis, denn alles, was hinter dem Aber steht, da wird es interessant, mal nachzuschauen und zu hinterfragen. Und das machen wir jetzt mal für Maidungs Fall auf den Fall, der so viele von uns kleiner hält, als wir eigentlich sind. Nämlich, dass wir uns abhängig davon machen, was andere denken oder ob die das verstehen oder gutheißen und so weiter. Ich bin da keine Ausnahme gewesen. Ich hatte das genauso. Und deswegen wusste ich ganz genau, wie befreiend das sein kann, wenn man Folgendes erreicht. Ich habe zu Maidung zurückgeschrieben, dass das Allerwichtigste, was sie machen muss, damit sie überhaupt die Dinge machen kann in ihrem Leben, die sie erfüllen und auch die Arbeit finden kann, die sie wirklich erfüllt ist, dass sie lernt, einen Scheiß drauf zu geben, was andere denken. Und dass sie niemals oder auch ihr da draußen, die damit eine Hürde haben, sich fragen, was werden meine Eltern da denken oder meine besten Freunde, werden die das verstehen? Ihr werdet, ich gebe euch Brief und Siegel, ihr werdet niemals euren Traumberuf finden, wenn ihr ihn nicht gleich wie einem Sechser im Lotto zufällig gefunden habt, dann werdet ihr den niemals finden, solange wie ihr abhängig seid von der Meinung anderer. Das ist gar nicht möglich, denn solange wie ihr auf der Suche seid nach dem, was euch erfüllt und gleichzeitig aber immer schaut, wie findest du denn das, wie findest du denn das, ist das mit dir okay, wie stehst du denn dazu, hast du eine andere Meinung, solange botest du immer wieder deine eigene innere Stimme aus. Du machst deine Stimme kleiner, als sie ist und die Stimmen der anderen da draußen viel größer. Das Ding ist, selbst wenn du jemanden fragst, der das für sich gefunden hat, selbst wenn du dir meinen Kram anhörst, ich kann dir nicht sagen, was dir wirklich wichtig ist, was dich ausmacht, was dir wirklich gefallen würde. Deswegen ist es so wichtig, dass du die Stimmen da draußen ausstellen kannst oder die einfach sein lassen kannst. Denn es ist ganz wichtig, selbst die Menschen, die uns ganz, ganz wichtig sind oder gerade die, wie unsere Eltern oder besten Freunde oder unsere Partner und Geschwister, alle unsere näheren Bezugspersonen haben einen massiven Einfluss auf unsere Meinung, aber am Ende ist ihre Meinung am Ende auch nur wieder eine Sichtweise. Und nur weil das eine Person ist, die du schätzt, heißt das nicht automatisch, dass ihre Sichtweise unbedingt die ist, die mit deinen Wünschen und Werten und Zielen im Einklang ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen lerne, einen Scheiß drauf zu geben, was andere denken. Und das ist ein Skill. Das ist nichts, womit man geboren wird. Vielleicht der eine ja, der andere nein. Aber das ist ein Skill. Den kann man trainieren. Und das ist das Schöne. Das ist eine Fleißsache. Also jeder, der damit Schwierigkeiten hat, irgendwo in seinem Leben mehr den Kram zu machen, der ihn erfüllt, der kann sich das antrainieren. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe mir das antrainiert. Immer und immer wieder. Das ist eine Fleißsache. Mehr nicht. Und genau diese Nachricht habe ich bei Dung geschrieben. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auch an den Punkt komme, dass ich das für mich umsetzen kann. Und da hat es gleich bei mir wieder gebrodelt, weil ich gemerkt habe, oh nein. Und vielen Dank, Meldungen dafür, weil genau diese Aussage verkörpert noch mal so ganz krass, warum so viele das dann am Ende doch nicht für sich erreichen. Weil wir hoffen, dass es sich irgendwann von alleine regelt. Wir haben diese Fehlannahme, dass sich das erst irgendwie ergeben muss. Oder hoffentlich kommen wir dahin, dass wir weniger Wert darauf legen, was andere denken. Dass wir mehr auf unsere eigene innere Stimme hören können. Und als Konsequenz daraus finden wir dann unseren Traumberuf. Das Ding ist, da ist ein Riesenparadoxon. Es funktioniert genau andersrum. Damit du an den Punkt kommst, einen Scheiß drauf zu geben, was andere von dir denken, damit du diesen Skill skillen kannst, musst du zuerst aus deiner Komfortzone raus. Also anstatt zu hoffen, dass du erst mutiger wirst, um dann deinen Träumen nachzugehen, funktioniert es genau andersrum. Du musst ins Unbekannte dich stürzen. Das machen, wo du keine Ahnung hast, ob es am Ende in die richtige Richtung geht. Und als Konsequenz daraus werden Leute angepisst sein, werden eine andere Meinung haben, werden dich spüren lassen, dass ihnen das nicht gefällt. Du wirst dich kacke fühlen damit. Und daran kannst du wachsen. Nur so rum funktioniert es. Das ist das Paradoxon, dass wir erst ins Unbekannte uns stürzen müssen. Und als Belohnung diesen Skill erwerben. Und das können wir schön trainieren. Wir müssen ja nicht gleich die Hardcore-Variante wählen, indem wir den Job hinschmeißen und irgendwo in die Welt reisen. Wir können anfangen, indem wir einfach uns so kleiden, wie wir kleiden wollen. Vielleicht auch provokant ein bisschen genauso, dass wir dann Reaktionen erzeugen, die vielleicht kontrovers sind. Oder wir sagen am Sonntagstisch bei der Familie einfach mal unsere Meinung klar raus, ohne vor dem Berg damit zu halten. Und gucken mal, wie die anderen reagieren und provoziere mich auch mal ein bisschen. Nicht um anzuecken, sondern um zu lernen, was passiert in mir. Wo spüre ich den Widerstand dann, wenn dann auf einmal mein Vater eine ganz andere Sichtweise hat und vielleicht laut wird und so. Und auf einmal ist der Konflikt da, den ich unbedingt aus dem Weg gehen wollte. Das ist super. Das ist genau das. So können wir diesen Skill, Stück für Stück werden wir resilient. Ich weiß nicht, ist das Resilienz? Also wir werden auf jeden Fall entspannter damit, dass andere durchaus eine andere Sichtweise haben dürfen. Die dürfen ihre andere Sichtweise haben, genauso wie du deine haben darfst. Und Stück für Stück können wir uns dann so hochleveln. So, das war es eigentlich schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Trainieren. Geht raus und kreiert Situationen, die euch in schwierige Situationen bringen, um euch zu stärken. Um hier Mutmuskel zu trainieren und als gewachsene Persönlichkeit rauszugehen, um dann für die Dinge, die ihr haben wollt, stark genug zu sein. Denn ganz klar ist, die Dinge, die ihr heute haben wollt, dafür seid ihr noch nicht stark genug, sonst hättet ihr sie schon längst. Wir müssen erst mal die Persönlichkeit werden, die dafür gebraucht wird, um diese Dinge überhaupt aufrechterhalten zu können. Um das Ding zu stemmen zu können, sonst würden wir daran zerbrechen. Also viel Spaß beim Level-Skillen und dann bis zum nächsten Video. Haut rein und bis bald. Ciao. So, ich weiß, ich habe letztens schon am Ende dann das mit dem Baden gebracht, aber ich bin extra hier wieder hergegangen, zum Beispiel nur nochmal, um euch das zu beweisen, dass ich das jeden Tag mache und wie geil das auch sein kann. Dieses sich, sein Inner Game zu challengen, ist so geil, weil ihr könnt euch einfach jeden Tag in der Woche was raussuchen, wo ihr irgendwas Kleines, Verrücktes macht, was euch aus eurem Komfortbereich holt. Und das macht die Reise so cool. Also natürlich sorgt das für Aufregung in einem drin. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade nacktbaden gegangen und dann kam hier jemand. Und ich habe so vorher noch den Gedanken gehabt, nachdem ich das Video beendet habe, nacktbaden, dann gucken die und dann fühle ich mich unwohl und habe gedacht, ja cool, dann kann ich es ja gleich wieder probieren und mich da challengen. Und das Interessante war, die Dame, die hier vorbeigekommen ist, die hatte wiederum bei sich ein Thema da mit 100 pro, weil die hat ganz verschämt weggeguckt, oh Gott, da ist ein nackter Mann und so weiter. Also an alle da draußen, an euch, nutzt diese geile Chance. In dem Moment, wo ihr merkt, ihr habt nicht die Dinge in eurem Leben, die ihr haben wollt, begebt euch auf diese Reise, skillt euch selber, arbeitet an euren inneren Themen und genießt die Zeit. Also ich fühle mich dadurch, jetzt hat sich der Tag schon wieder gelohnt, das bringt so ein geiles Lebendigkeitsgefühl mit sich und man wächst. Es ist einfach nur genial, weil man merkt, ich habe einen Schritt darauf zugemacht und bin wieder stärker geworden, bin wieder daran gewachsen, bin wieder ein Stückchen mehr gewappnet für die heiklen Situationen in meinem Leben. Und davon profitiert man nicht nur in dem eigentlichen Ziel, was man anstrebt, sondern auf ganzer Ebene. Es fühlt sich einfach nur genial an und so federleicht, weil all die Ketten, die uns kleiner halten, auf einmal Stück für Stück gesprengt werden. Also viel Spaß dabei, reingehauen.